Wir müssen entscheiden, was wir mit dem Haus machen wollen. Hast du die Inventurliste gelesen, weil zu dem Haus von Mama und Papa noch über 100 Hektar Wald gehört? Werden bei dir keine Gefühle aufgewühlt, wenn du jetzt hier bist? Ich weiß nicht mehr viel davon. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das sieht aus, als wären die Bäume in bestimmten Jahren gestorben und dann einfach weitergewachsen. Ist das möglich? Nein. Ich habe mich sowieso gefragt, was zum Henker hier passiert ist. Wir wollen das hier mit dem Haus und dem ganzen Zeug regeln. Das ist keine therapeutische Exkursion. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich.